Zusammen mit allen Praterinnen und Pratern freue ich mich sehr, dass wir heute das Label überkommen haben und hoffe, dass alle mitmachen, dass Pratern noch kinderfreundlicher wird. Hallo, hallo, hallo! Ich begrüße euch alle zusammen herzlich und wir kriegen euch heute von der UBZ-Kur-Kur-Kur-Kinderfreundliche Gemeinde Brandenburg. Hiermit das Leben für die Kinderfreundliche. Mit dem Erreichen des Labels UNICEF kennt sich Pratern zu einer kinderfreundlichen Gemeinde. In Zukunft will Pratern die Mitwirkung der Kinder in Pratern stärken, sei es bei der Spielplatzgestaltung an verschiedenen Orten, wie aber auch im öffentlichen Raum, Stichwort Schulwegssicherheit. Ein ganz konkretes Projekt, das wir gleich umsetzen wollen, sind die offenen Turnhallen an den Sonntagen, wo die Kinder mit ihren Familien spielen und turnen können. Für UNICEF Schweiz im Liechtenstein ist es ganz wichtig, dass wir die kinderfreundlichen Gemeinden haben, die als Leuchtturm ausstrahlen und andere Gemeinden und Regionen motivieren, um auch Kinder vermehrt zu schützen, fördern und einzubeziehen. Ich wünsche mir eine Hallenbahn für Pratern. Ich wünsche mir für Pratern eine Schlittschuhbahn. Und ich wünsche mir eine zweite dreifache Turnhalle für die Handballmatch. Tschüss!